Und da sind wir wieder, da sind wir dabei und alles prima. Wie war Kolonia? Wir sind bei God Simulator. Da rennen wir so um hier. Ah, hier sind wir im Raum. So, jetzt warte mal, jetzt mal nochmal kurz zurück. Wie kann ich das gleich nochmal Backflip machen? Das ging mit welcher Taste? Du kannst nur Frontflip machen. Ja, Frontflip. Mit Rechtsflick. Ach, war das eine schöne Bitchfight mit durch die Gegend fliegen und so. Aber das Spiel ist auch echt toll. Das Spiel ist echt toll, da kannst du nichts dagegen sagen. Warte mal, ich renne mal hier hoch. Das ist viel besser als Outlast oder so. Das ist generell besser. Das ist besser als alles, okay. Äh, nächstes Mal der Postboden-Simulator, ne? Leck mal ran an den Eck, Abi. Ha, so geht das. Geh mal ins Low Graffiti-Tasting-Facility. Walk on your Frontlegs. Keine Ahnung, wie das geht. Irgendwie mit W und S war es aber... Oder? Warte. Wahrscheinlich musst du rennen und dann... So gesehen, wie oft das Ding forzt. Irgendwie muss es auch gehen. So hier. Vor uns. Ja, so. Krieg keinen Punkt. Nein, ich habe gar noch mal weiter. Tja. 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 H súper fast. Tja. Ents邊 courte. Tja. 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 V. Tja. Tja. Es ist geil. Hi, wie éml. beste Ziege beste das Ding nicht laufen oder was ich stehe überhaupt die man die Garage was da noch drin ist ein Benzin-Kanis da und das war das Blaue ist da auf dem Tisch das ist eine UFO weg mal ein Laufband rein ich will wissen was das ist ich hab ne Krone auf ist das genial ich bin King Ziege King Goat zuerst leck mal an das Laufband rein geht nicht jetzt kannst du mal ins Haus rein so was haben wir hier noch das ist ein Paket geht nicht auf schlag mal ein paar Fenster ein und die helfen gegen das Blatt Screen hier erstes Fenster zweites Fenster zweites Fenster zweites Fenster ja der Goat Simulator ist natürlich genial Total Score easy so ist das Dach auf ich hab schon grad gedacht guck mal Computer ich bin nur ran gelaufen komm ich überhaupt hier wieder raus springe einfach springe einfach einfach Hitbutton die haben ne Ziegentischlampe ne was ist ne aus welchem Film kenn ich das ich weiß keine Ahnung aber die spielen ja hier auch so einiges an ne das kenne ich das eigenem Film ich weiß nicht welchen bestimmt Spaces oder so weiter übelst Weltraum und so ja but haben wir noch vergessen guck mal das forst die ganze Zeit hier oder es staubt die ganze Zeit leck mal den Spiegel an egal was du anlegst du kriegst immer Punkte für naja für krieg ich keine Punkte was ist denn in ihrer Dusche wenn du es vielleicht schaffst auf dein Vorderbein zu laufen dann musst du wahrscheinlich schnell WS und dann dann äh dann wieder W drücken oder so das ha ich bin doch grad auf mein vornelegs gelaufen ich bin doch verdammt nochmal gelaufen und raus aus dem Fenster und raus aus dem Fenster soll ich das versuchen nochmal da ist wahrscheinlich auch nicht zu viel machen das darf sich nach vorn kippen wie bin ich da hoch gekommen schnell WS geh mal in die nächste Region vielleicht Möcke 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 und der Rechnen im Lenden ja ich bin mir ein dreißigtausend Punkte in der einen Stadt erst kriegst du wieder wir fängst du wieder von neu an was haben wir vergessen hier musst du Airtime machen 6 Sekunden lang fliegen da hinten ist eine Achterbahn oder sehe ich das nur so eine Achterbahn und das ist unser Paradies sage ich dir Beste laufen wir zur Achterbahn da haben wir einen Penner was hast du getan? ich bin durch das Tor gehopft die wollen mich jetzt alle umbringen Knocking Halt ich brenne übrigens hallo ich wollte ganz nochmal das geht mit dem Spiel ab ich will nur durch ok jetzt müssen wir unsere Triple Con mit aufnehmen natürlich wir nennen das ganze dann Goat Simulator Time oh Gott ist das toll sowas Schönes habe ich lange nicht mehr erlebt das ganze nach der freundlich ist es genial die Menschen können nicht mehr richtig sprechen hier das ist die Geheimsprache das ist sie koreanisch das ist doch wie ist er Capri to Park oder wie Capri to Park ich möchte ein Verzahlen ich will meine Tickets und dann doch irgendwann mal die Polizei nö gibt es ja nicht sehe ich jetzt auch nicht ein Watch Dogs Ariesenrat Ariesenrat guck mal hier liegt ein Todes ein Todesziegel lass sie uns anfassen mit dem Ausnehmen so fun is ich will Chips haben die kannst du auch anlecken echt du hast die Bank gerade mit reingeschleppt achso und die Dame kannst ja umschmeißen ne jetzt lassst du dich schön ins Regal eingerollt tja geh mal runter damit ich das mal Phant nähen kann so war schön das werde ich erst Phant nähen machen die Musik ist besonders wundervoll so jetzt gucken mal ob der hinter guck das das Vieh stand da drinnen so ein Vieh stand in dem Container geh mal da raus und geh mal auf der Achterbahn mit größtem Vergnügen geh ich erstmal hier rein da kommst du rein bestimmt in der Achterbahn das wird jetzt genial so wo ist der Eingang? nein gar nicht ich geh erstmal kurz zum Riesenhahn ich stell mich in der Reihe ganz ganz vorne an spring hoch die krisen mit der schönen Aussicht davon musst du auch mal ein Phant nähen mal auf die Musik ist besonders toll ja seh das ja aber ich kann euch in einer Folge mehrere Phant nähen verwenden ich glaube wir müssen hier bei jeder folge was im blog schreiben oder machen ein bild dazu meine ziege leuchtet die heilige die musik ist besonders toll die achterbahn ist so krank so eine gibt es doch vielleicht in deutschland nur einmal jetzt noch ein trick an der luft machen soll steh wieder auf und gehen wir zur achterbahn die wir die ganze herum singen eine mega der hälfte schaffst du immer fast geschafft jetzt geschafft wollen jetzt muss einfach mal an der wand hochklettern aber geh erstmal auf der achterbahn drauf rückenformat sollte machen ich helfe auch der klosen von der straße zu kommen ich schieb es ins wasser ne kann man schon in die achterbahn rein die ziege die macht alles kaputt also ist da auch eine ziege da ne power overhelming, some batteries could spice ach da gehts hoch genau der jetzt gleich reingemusst ja wort drauf muss worden ist stimmt ich würde mich nicht drunter stellen nicht drunter nee würde ich nicht drunter nicht drunter stellen nicht gut für mich nicht drunter musst du springen hoch schuldverdammt nochmal na gut so willst du auch nein nee du musst warten und dann ranrennen also von vorne weg ranrennen und sprint reinhängen, ranrennen oder was ja und dann springen kurz vor dem teil das ist doch scheiße du darfst du nicht ganz so weit weg davon ja dann springen wir woanders durch die gegend wahrscheinlich kommst du auf die achterbahn nicht drauf das wäre aber dumm guck mal da hast du das Jump Ding wo du ins Wasser kannst hast du halt gesehen der Mann ist einfach umgefallen ja das war ein Fake komm das geht nochmal Beste Beste Eva ähhh hat ja süpsel geklappt Schwensch ich treibe durch eine ungeneße stre... drü... übrigens die Folge ist zu Ende du musst die Endcard aufnehmen ok also Leute ich jumpe noch ein wenig durch die Gegend aber ich sag euch kauft euch dieses Game es ist einfach nur genial ich weiß nicht wieviel es kostet aber hoffentlich nicht zu viel ja ne also das war mal wieder ein sehr genialer Part unten links wieder alles links oben rechts nächste Folge oben links letzte Folge und ähm genial ja und hier mit dem Video und so ja also nicht das Video sondern Trailer irgendwie zusammensteht zu denen sie ist Bescheid Beste und so ne das war es dann das war es von uns wir sehen eine gute Zige bis zum nächsten Mal auch keinen Tierschutz an bis zum nächsten Mal und da bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020